Halleschön Leute und Willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts, Burst by Sleep 0.2, Fragmented Passage, whatever, nennt es wie es ihr wollt. Ja, ich bin nicht weitergerannt, wie gesagt, wir bleiben hier blind. Wir bleiben blind. Ah. FALTER SPELL! Ah. So, da ist Terra. Hier nicht. Oh. Oh, wisst ihr, was wir jetzt tun? Fuck, dass EISK-HRT-I treffen müssen. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach komm schon, wieder Meuslinger. BAM! Come at me, bros! Boom. So. Kommt doch einfach mal alle her. Ich bringe euch einfach wieder um. Äh! For a while! Gotcha, Bitch! Lebt da noch was? Nö. Was auch immer das war da, aber ich weiß es immer noch nicht. Ma! So, du bist weg. So, und da war da jetzt ein Volker rein. Sobald ein Gegner spawnt oder so. Boom! Boom! So. Easy. Ah, Mega-Paution, Mega-Ater haben wir. Ich finde das doof, dass ich keine Items selber sortieren kann, Leute. Ich finde das ein bisschen doof. Aber naja. Egal. Na, na, na. Jetzt kommt der Schattenborn wieder. Charf, Charf! Ich bin ein Schattenborn. Ich bin ein Schattenborn. Ich bin ein Boss, der zu oft in den Mat 1 genutzt wurde und dann kein Ball. Aua! Zack, Gotcha, Bitch! Ah, ich bin ein Honk. Oh, jetzt kommt die Scheiße wieder. Okay, komm her. Zack! Das kenne ich hier aus den anderen Kingdom Hearts Titeln jetzt. Okay, ich habe kaum Fokuspunkte, also lohnt sich Fokus nicht mehr, wirklich. Farewell! Wow! Der Schaden davon ist so unnormal. Jo. Ha. Wow, das ist unfällig. Das ist gemein jetzt. Hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Hier. Bam. In dein Gesicht. So. Boom! Enough. In sein Gesicht. In sein fucking Gesicht. Dum. Dum, 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 dum. So. Oh nein. Hilfe, noch mehr von euch. Ich habe solche Angst. Und die Erdschaltenlosche. Hi. Na, ihr kleinen Dinger. Meine kleinen Fratzchen hier. So, bam. Farewell. That's it. Bam. Dum, 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 dum. Noch mehr von euch. Äh. Und tschüss. So, da kommt jetzt ein Faust durch. Das weiß ich noch. Ge-Pranked, bro. So, da denke ich jetzt auch so. Hoio. Vollkommen Punch. Hoio. No. Not with me. Miau. Zack. Ah, du kleine Mistgestalt. Nope. Ah, fuck. Jetzt kommen direkt die Gegner hier. Mmh. So. Hier. Zack. Heilung. Aua. Aua. So, komm. Komm. Abschlussangriff. Jawoll. Kommt alle hier rein. Alle von euch. Der hier macht den meisten Schaden. Der ist echt gemein, der Typ. Deswegen. Oh, ich tötet euch zuerst jetzt. Bam. Did it. Got you, bitch. Holy save point. Und ein Eter. Oh ja, bitte lass mich speichern. Dö, 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 dö. So, haben wir wieder ein Checkpoint für uns. Oh. Zopp, 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 zopp. Die. Aua. Du willst jetzt aber nicht sagen, dass das ein normaler Gegner geworden ist, oder? Wenn ja, wenn ja, dann auf Wiedersehen. Die Pussy-Taktik. So, jetzt können wir uns zu ihm stellen. Jetzt bin ich ready für dich. Zappo! Er wurde einfach degradiert, Leute. So. Er wurde echt, er wurde einfach degradiert. Oh, damn Frame-Drops. Das war wohl zu viel Special Effects. Boom. Boah, die lösen sich auch erst auf, wenn ich davon Schaden nehme. Okay. Ach, komm schon. Deine Mutter. Aua. Aua. Okay. Meine Mutter. Okay, ich hab verstanden. Nein. 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 Wir gehen zurück, Aqua. Weih besser. Nein, ich bin keine Pussy. Sag mal, machen die Dinger eigentlich irgendetwas, oder sind das einfach nur Style-Dinger? Das sind einfach nur Style-Dinger, oder? Oh, warum machen die denn nichts? Ha. Da, 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 da. So, du bist jetzt tot. Du als nächstes, aber Bitch. So, du Schattenborn da hinten. Ich hab gehört, du wirst ein Feuer noch fressen. Nein, du machst jetzt... Dude! Er hat mich gestunlockt. Oh, ne Pflegermaus. Enough. Komm, spring. Spring, Bitch. Das wollte ich nicht sagen. Sorry. Ne, da geht's weiter. Da gehen wir nicht lang. Also noch nicht. Wir wollen erst uns hier umgucken, wichtig. So. Und bam. Bam. Ich habe ein Secret gefunden. Sehr gut. Ist der Sound zu laut oder stelle ich mir das gerade vor? Ne, der ist nicht laut. Der ist nur auf meinen Ohren laut. Okay. Und auf Wiedersehen. Boom. So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? In der Kiste. Oh, noch eine Äther. Da, 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 da. Oh, schon wieder so ein Brümchen, was weggeht. Okay, und was haben wir da? Dagegen geht es ja auch noch lang. Da, 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 da. Nein, warum ihr? Nein, ihr macht nichts. Na, na, na. Ich will bear a while. Die sind so gemein, die Dinger hier. Können die mal sterben gehen? Bitte. So ein bisschen. Ich brauche jetzt keinen Abschlussangriff. Das war nur für die Gegner hier. Oh, wow. Oder geht es da hoch? Was habe ich denn jetzt gerade eben im Treffer gelandet? Okay. Hier ist also anscheinend nur da hoch. Schade, schade. Pustekuchen. Da, 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 da. Dann laufen wir. Terror, und wenn? Oh, ey. Ich will aber hier unten. Feige. Feige. Ich weiß, ich scheiße. Ist du selber? Ja. er hat eine Kiste hinter sich, die wollen wir haben das ist der Special Shots Song Song Oh, ich wollte gerade angen, ich wollte gerade Springshot blocken Nein, nein, Aua, Aua Ja, wir reden hier weiter Ah Boah Oh, er hat was fallen lassen, HP Drops So, ihr seid als nächstes direkt dran Direkt hier auf die Fresse geben Charcen So Und du bist der Nächste hier Just Holst der Nächste Da, da Leute, der Nächste So Oh, danke Danke, eine High Potion, sehr gut Na, na, na So, flippt Jetzt gehe ich ihren Weg, also hier oben glaube ich lang Ach, komm Come on Aber egal Ich glaube Äh, nein Nein, Aua Wo bin ich? Oh, wow Warte mal, da hinten war aber auch noch was Guckt mal, sie beobachten mich Sie sagen Hi Ihr guckt mir auch noch nach Das ist voll creepy, wie die einem nachgucken Aha Nicht mit mir, Dude Nicht mit mir Die Potion ist mir Gut, ich habe die MP-Drops noch eingesammelt Sehr gut Äh, ja, Aqua Danke So Zip Ich wollte sie gerade wieder schlafen, wenn sie nicht gesprungen wäre Oh, du auch Na, na, na Oh, da ist eine Kiste, direkt gesehen Kiste wird einen Beschlagnahmen genommen Da, 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 da Nein, Aqua Nein Nein Egal, sie kann ich jetzt nicht töten Das stören die mich da oben nicht So, Wiedersehen Außerdem geben die halt gut EP Muss man schon sagen So, zack Gut Ähm, wieviel lang nehme ich eigentlich wieder auf? Es kommt wieder so lange vor Aber sind nur 16 Minuten 36 Grad Ne, 40 Entschuldigung Ich freu dich nicht anlügen Bitte nicht schlagen Bitte Okay Alles klar Message kam An Bei Mir Sup Ah, halt Ich wollte, ja Kiste Was haben wir hier drin? Ein High-Potion wieder Okay High-Potion und Pauschen sind 1 und 2 Das finde ich okay Das ist sehr gut Wie sie guckt Soll ich mal das an? Sup Was denn? Was denn? Was für das mal das hier? Okay Das ist tot Oh, ist tot Und wieder die Schranken geschlagen Alter, die Roten werden ja immer schlimmer Ich schluss mal an UND BOOM Na, komm Na, na Was geht? Oh, Level 56 Sehr schön Da scheint es weiter zu gehen, deswegen gehe ich erstmal zur Kiste hier unten. Pauschen finde ich sehr gut. Ist hier sonst noch irgendetwas? Außer halt HP-Obs? Nichts? Okay. Gucken wir uns weiter um. Darum sind sie wieder. Aber hier ist der gefährliche Faden. Und ein rotes Blümchen. Ah, das war also eine Aufgabe, einfach alle Blüm zu finden. Okay. Wir nehmen den gefährlichen Pathway because Baum. Warum nicht beide nutzen? Oh, das war ein Wasted-Folgar. So, wo sind sie denn? Da weiter oben. Was sind das für Herzblut? Nein! Komm her! Nein, ich bin doch nicht zu Terra und Ven. Sag mal, wie kannst du eigentlich noch Wasser nutzen, wenn du gefrisselt wurdest? Kannst du mir das mal verraten, Typik? Oh Gott! Nein! Das ist ja mehr! Ah, ist Magiker! Ja! Boom! Gotcha! Boom! Alter! 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 So Leute, aber ich würde sagen, wir beenden hier wieder den Part. Also dann sehen wir uns erst beim nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, gehen wir mal! 0.2 Burst-Bass geht Fragmentary Passage. Also dann bis zum nächsten Mal. Jetzt müssen wir gleich noch weiter. Vielen Dank.